Die Arbeiten an der Alten Försterei gehen in die letzten Züge. Auch die Spieler sind mittlerweile in ihre Köpenicker Heimat zurückgekehrt, um die Mission Zweite Liga in Angriff zu nehmen. Am kommenden Mittwoch beim Eröffnungsspiel gegen Lokalrivalen Hertha BSC wird die frisch sanierte Spielstätte in neuem Glanz erstrahlen. Damit auch auf dem Platz glanzvolle Momente stattfinden, bereitet sich das Team seit einigen Tagen intensiv vor. Zweimal täglich bittet Uwe Neuhaus zum Training, um die Grundlagen im technischen und konditionellen Bereich zu legen. Ja, im läuferischen Bereich sicherlich auch die Grundlagenausdauer, die wir dann aber möglichst schnell steigern wollen. Und im fußballerischen Bereich machen wir sehr viele technische Übungen, damit wir dann auch für den Nachmittag noch ein bisschen Kraft zum Laufen haben. Also es wird keiner überfordert zum jetzigen Zeitpunkt. Trainer Uwe Neuhaus kann hierbei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auch wenn die Neuzugänge am Donnerstagvormittag nicht mittrainierten, da sie einen Termin beim Sportarzt hatten. Das ist ja auch keine Einheit, wo er sich nur auf die Bank legt, sondern er wird dort auch durchgecheckt. Mit Belastungs-EKG ist es schon auch körperlich anspruchsvoll. Von daher hat keiner eine Einheit verpasst. Das Grundgerüst der Mannschaft steht und die Spieler sind heiß auf die Rückkehr in ihr geliebtes Wohnzimmer. Ja, wir haben damals gegen Leeds United ein Freundespiel gehabt hier in der Altenfürsterei. Und das Wetter war geil, die Stimmung war super. Unsere Fans, für die genau das richtige Spiel gewesen. Und zu dem haben wir es noch gewonnen. Ich habe mein erstes Tor geschossen, also war ein rundum gelungener Tag. Das Derby gegen Hertha BSC bietet für die Eisernen genau den richtigen Rahmen für ein stimmungsvolles Comeback in ihrer neuen Altenfürsterei. Wir haben ja lange genug darauf gewartet. Natürlich, es wird ein Fest für die Fans hoffentlich. Es wird ein schönes Spiel. Es soll Freude pur werden. Jeder soll kommen, der mitgeholfen hat, das Stadion zu bauen. Und wir können uns, glaube ich, alle auf einen gelungenen Tag hoffentlich freuen. Die Vorbereitung auf die zweite Liga wird die Eisernen noch lange auf Trab halten.